Herzlich Willkommen bei den Drücke-Games. Für jeden Drücke-Berger, auch für dich. Die Ria ist mit dabei. Hallo. Und die Sunny. Und Tim haben wir verloren. Ja, der ist irgendwie noch im TS, aber irgendwie hat er sich gemutet und ja, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Man munkelt. Man munkelt. Im Dunkeln. Rumpeldi-Bumpel. Rumpeldi-Bumpel. Rumpeldi-Schonkel. Alex, du hast gute Chancen, auf deiner Seite steht nicht viel. Kills 17 heißt, ich habe 17 Leute umgebracht heute, oder was? Ist das von heute die Statistik, oder von wann? Ja, weil bei mir steht Kill 1 und ich habe auch erst heute einen umgebracht. Ich habe 15 Spiele und 15 Fails, das ist deprimierend. Ich habe 15 Tote und 19 Spiele. Wie habe ich denn 17 Kills gekriegt? Sag mich nicht. Ich habe 2. 65. Ist ja auch gut. Spiele 19, Fails 19, Tote 15. Ich sehe gerade auf meinem Display an der Tastatur, dass mich jemand anschreibt, hey, weißt du, wie ich mich bei der WG bewerben kann? Cool. Sag. Ja, das weißt du. Nee, kann ich nicht. Kann ich jetzt nicht raustappen. Kann ich jetzt nicht raustappen. Diese psychopathische Lache. Was? Wer lacht hier psychopathisch? Das geht los, ne? Ja, ja. Oh, da ist Wasser. Ach, was du sagst. Ich habe eine Dia-Axt. Ich habe eine Dia-Axt. Der erste, der rauskommt und eine Rüstung hat, den haue ich. Oh, da will einer mit einem Steinlachs einhauen. Der wird sterben. Der da. Ach, ist das scheiße hier zu rennen. Und wann ist die Quaste- Wann ist die Quaste- Ende? Ne? Wie jetzt? Nee, bei mir noch nicht. Bei mir läuft es noch. Jetzt. Okay. Ja, immer wenn der Notenblock ertönt, kurz danach hört ihr auf. Ich will wieder so für Leute. Der ist tot. Ich habe eine Steina-Axt. Komm jetzt noch nicht. Du hast doch schon Dia gelabert. Ach, du hast eine Steina-Axt zum Hergeben. Jetzt. Oh, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Schankadee. Er rettende oben rum. Einschleichen, 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 einschleichen. Oh, da war schon jemand. Mann! Da findet man eine Kiste und dann war da schon jemand. Gott, hat der mich erschreckt. Der fiel von oben runter. Ich renne mich schon wieder runter. Ich bin in der Nähe vom Spawn. Du bist zu schnell. Ja, wir sind einmal über den Spawn drüber. Echt, drunter war das Spawn? Na, meine Güte. Ich laufe jetzt einfach durch die Pampa. Da oben ist einer. Ich suche nur Leute und kill die. Wenn ich schon mal eine Diamanten-Axt habe, dann will ich sie auch benutzen. Statistik aufbessert und er wird sie benutzen. Was soll ich verbessern? Statistik aufbessern. So, ja, ich habe schon Axt drin jetzt. Soll ich eine Kiste gefunden und was ist drin? Nur Essen. War da was zu essen dabei? Ja, ja, nur was zu essen. Willst du was zu essen haben? Hier, da ist ein Brot. Sag doch, dass du was zu essen brauchst. Hast du Brot? Hast du Nägel? Hast du Schrauben? Kennst du es nicht? Hast du ein Brot? Kommt eine Ente in die Bahn und fragt, hast du Brot? Nein, sagt der Barkeeper. Dann sagt die Ente wieder, hast du Brot? Sagt er wieder, nein. Nein, dann sagt sie, sagt dann irgendwann der Barkeeper, weil voll ernervt. Und wenn du noch einmal nach Brot fragst, dann schlag ich dir deinen Nabel. Und, war da was drin? Jupp. Dann hau ich dir, dann nagel ich deinen Schnabel an die Theke fest. Hast du eine Ecke? Irgendwie so. Da wäre ich total blöd. Wie kommt man denn hier hoch? Was hast du gesagt, was suchst du hier? Also ich komme hier hoch. Ich weiß ja nicht, was du machst. Sollte immer ein bisschen diagonal springen. Und jetzt geht's nicht weiter. Das geht nicht weiter. Er hat keine Nägel. Äh, nein. Er meint mich. So, ich hab Ria verstanden. Nein, nein, nein. Ich bin schon gewundert. Hier geht's nicht weiter, ich gehe runter. Voll, Schlafzimmer gefunden. Hast du eine Kiste gefunden? Du stehst bei mir hier. Einer Stelle. Hier ist was für Alex. Ein Brunnen, in den man reinspringen kann und dann nicht mehr rauskommt. Yeah, wo ist er? Ich muss hin, ich muss hin, ich muss hin. Ich muss hier weg, hier ist ein Spieler. Ah, ich hab immer noch nichts zum Hauen. Du bleibst aber auch nie bei uns. Ihr wart ja dann weg. Oh shit, ich bin tot. Doch nicht. Ich lebe noch. Au. Aber ich nicht mehr gleich. Au. Nein. Ah, tot. Zeitüberschreitung. Verbindung unterbrochen, Zeitüberschreitung. Nein. Warum auch immer. Aber da kam mir gerade schon so spannend vor, weil du die Kindzeit an einer Stelle gestanden hast bei mir. So. Aber jetzt hab ich schon fast voller Eisenrüstung oder sowas. Was hab ich? Ja, eine Lederhose noch, aber gut. Die, dem Bruder, die Lederhosen aus. Die Lederhosen aus. Die Lederhosen aus. Zieht der Ria des Dirndl an. Was denn? Kein guter Konter? Der hätte schlimm ausfallen können. Ach nee. Ich hätt die Dirndl aus sagen können, ja. Guckt mal, wer in der Lobby ist, wenn grad einer kann Ich bin rausgegangen Julian, Julian schien der Zeit in der Lobby Na langer Zeit mal wieder Ja, wir haben schon die ganze Zeit da gesehen, gerade Das muss ich mal nachgucken Vor allem, wie Sehe ich ja jetzt erst, dass Tim sich nochmal umbenannt hat Ja, ja So, zwei Spiele sind auch da mit mir Wo sind die? In the town where I was born In the yellow Da kommt man nicht hoch Darum renne ich wieder weg Jetzt habe ich Tim mal geantwortet Wie war das denn? Mr. Just for Fun Gaming Hat nur gesagt Wenn man sich bewerben kann Habe ich nur geantwortet Erfährt man immer in den Folgen, wenn nichts gesagt wird, dann grad nicht Fertig Richtig Auch für alle, die das auf diesem Weg erfahren Bewerbungen für die Minecraft WG Nur wenn wir sagen Mach das und das Dann kommt ihr rein In der WG Folge Genau Wahlweise kann es auch passieren, dass ihr auf Facebook, wenn ich was poste und sage Ich brauche einen Gast Meldet euch jetzt Dann kann das auch passieren Sowas gibt es auch manchmal Eigeninitiativbewerbungen braucht ihr nicht abzuschicken Reagieren werden Also ich antworte zwar drauf, aber es ist nicht möglich so Gast zu werden So So Ich esse jetzt mein letztes Gummibärchen Welche Farbe hat es wohl? Das ist reiner Zufall Weil ich nicht geguckt Grün! Ja, aber es ist Zufall Ich habe nicht geguckt Es ist halt einfach übrig geblieben Wie wir beides wussten Aber ich gucke da ehrlich gesagt nicht auf die Farbe, weil ich will sie ja alle essen Ja, alle Alle Gummibären Heben hier und dort Und hier Sie sind da für dich Verdammend Du siebrach Das sind die Gummibären Lass dich verzaubern von ihrem Geheimnis Der Sack deckt die Kraft Das Abenteuer lacht Du kannst noch so viel mehr noch erleben Es war ja noch zu viel bei dir Egal Gummibär Wo sind die anderen Gegner nur hin? Ich muss mir erstmal ein Steak reinziehen Das weiß der Gummibär Ich gehe wieder zurück in die Mitte Die Sonne geht unter Die Sonne geht unter Zum Aufgang der Sonne Bis zu ihrem Niedergang Oder so geht das doch Oh ja No 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 Kommt einer mit ner Dia-Schwert Ich hab nur ne Dia-Axt dabei Aua Aua Tod Aber ich wurde nicht umgebracht, ich wurde mit einem Schlagen runtergefallen und bin eingestorben. Er hat mich nicht geteilt. Aber du bist runtergefallen. Das ist nicht viel besser. Doch. Ja, aber er kriegt die Punkte nicht, ne? Genau. Tschüss. 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 Tschüss.